So, liebe Gäste, liebe Zuschauer zu Hause, zu einer richtig guten Karnevalssitzung gehört natürlich ein richtig guter, klassischer Gardetanz. Und da haben wir in Düsseldorf eine Tanzgarde, die in diesem Jahr ihr elfjähriges, närrisches Jubiläum feiert. Aber in diesen, sagen wir mal, elf Jahren ist ja noch nicht so richtig lang im Karneval. In dieser Zeit haben sie schon unzählige Meistertitel gewonnen. Und sie werden begeistert sein, wenn wir sie jetzt auf der Bühne empfangen und sie diesen Tanz sehen werden. Jetzt für sie auf der Bühne, die Rheinstars! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, meine Damen, meine Herren hier auf der Bühne, das Komitee Düsseldorfer Karneval gratuliert euch ganz herzlich zum elfjährigen Jubiläum hier im Düsseldorfer Karneval und das ist euer Applaus von unserem Publikum. Wir bedanken uns bei den RheinStars, wünsche für die kommenden elf Jahre alles Gute, viel Erfolg, viele weitere Meistertitel, da Gedankeschön mit dreimal Düsseldorf, RheinStars, Düsseldorf, Vielen Dank und aus Warsch, bitte! Musik 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 Musik